Hallo meine Lieben, wir spielen Vasilis, wir sind in Tag 4, ich fasse noch geschwind mal Tag 3 zusammen, also wir haben irgendwie lauter Zeug zusammengesammelt für die Leute und jeden, dem wir das gegeben haben, hat sich in so ein Ö-Dings verwandelt und ist dann irgendwo hingegangen. Wir sind jetzt in einen Tower rein, der über Nacht gebaut wurde, der irgendwie auf Lebensmittel wartet und hier geht's los in der Zwischenzeit. Lasst ein Like da für mich, abonniert mich, jeder Einzelne zählt und ich freue mich über jeden Einzelnen. Ich schaue mir auch alle eure Kanäle an, wenn ich sehe, dass ihr mich abonniert habt. Und los geht's. Okay, das sind jetzt mehrere normale Leute. Aber wie war das mit der Karte? Was war Dreieck? Dreieck ist die Zusammenfassung. I played it with youngsters and seemed to left it somewhere in the yards. Just bring me my cards and kegs and I'll go wherever you ask to. Also wir sollen ihm irgendwie seine Karten und seine Fässer bringen. A keg, ja, ist ein Fass. Ja, okay, ich wollte eigentlich die Karte. Nein, was haben wir? Wir haben eine Axt, wir haben Geld, wir haben eine Flasche. Okay, okay, R1. Ah, das ist die. Wo sind wir? Jetzt habe ich eine Karte und weiß erst nicht, wo ich bin. Ich check's nicht, ich gehe mal einfach los. Whatever. Okay, wir gehen mal nach Wild Avenue. Wild Avenue. Wild Avenue. Das ist ganz oben bei den Feldern. Okay, und die Tür, vor der wir gerade stehen, ist wahrscheinlich die Feldertür. Gut, ich gehe jetzt trotzdem mal nach rechts. Das ist der North East Tower. Ah, wir sind gar nicht reingegangen, wir haben ihn nur angeklickt. Was sagt er? Nix. Nix. Okay, da drüben sind sie aufgetaucht, in der Mitte der Gegend. Und dann sind sie abgehaut, in die vierte, in alle vier Richtungen. Ich habe selbst gesehen. Und dieser Turm war der erste, der aufgetaucht ist, direkt aus dem Grund. Boom. Also Bäm. Bam. So wie wir in Österreich sagen, Bäm. Da war der Turm, hoppala, wo rennt sie schon wieder hin. Ähm. Ups. Noch einmal. Ich habe es selber gesehen. Und dieser Turm war der erste, der aufgetaucht ist. Qua, 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 ja. Und hier steht er. Wir haben den Grundsatz gebildet. Aber ich habe noch nie etwas so schnell gesehen, dass es gebaut wird. Das hat er schon vorher gesagt, gell? Okay, ähm, gehen wir einfach mal da, ne? Gehen wir mal da rein. Ich habe übrigens was schwarz-weißes an, passend zum Spiel. Aber jedes Mal, wenn ich wieder anfange, ein anderes schwarz-weißes T-Shirt von meiner Mama. Ja, einfach nur, weil ich es kann. Komm rein, du bist immer willkommen. Puh. Ich habe ein Déjà-vu. Ich weiß nicht, wo ich hinrennen soll. Der sagt nichts. Der sagt das gleiche wie das letzte Mal. Er hat irgendwas präpariert. Qua, qua, qua. Aha, der Zappelphilip ist weg, oder? Der ist doch da gesessen, oder nicht? Oh oh. Oh oh. A Peter's body was cut into pieces. Also Peters Körper ist in Stücke geschnitten worden. Wir konnten sie nicht alle einsammeln. Also, besser gesagt, Teile des Körpers sind irgendwo versteckt. Wir haben den Friedhof nicht durchsucht. Warum sollte man auch den Friedhof durchsuchen? Weil eine Leiche ist ja naheliegend, dass man das nicht macht, oder? Okay. Heute hätten Arbeiter die Barrikaden dort ausmachen sollen. Das gibt auf Englisch und auf Deutsch keinen Sinn, aber okay. Such in der Bibliothek. Sie werden uns dort nicht hinlassen. Also versucht, mit einem Merchant zu lesen. Keine Ahnung, was das ist. Er hat eine Shooting Range, also einen Schießstand, sowas auf die Art. Auf dieser Straße. Und da ist fast nichts los. Dafür werden wir das Geld brauchen, ne? Gehen wir schießen. Also ganz schlau bin ich aus dem Spiel immer noch nicht geworden. Und wir haben jetzt schon mehr als die Hälfte. Super investierte 1,99. Wirklich. Kauft das Spiel, wenn es wieder im Angebot ist. Ich finde es echt gut. So, da ist noch Geld. Das habe ich beim letzten Mal schon eingesammelt, schau. Wieder da. Open up a new vision. Open up, open. Was? Aha! Ah, okay. Ich kann da verschiedene Türchen aufmachen. Mein Bruder hat den Schlüssel. Mein Bruder hat die Schlüsselkarte. Da ist irgendwas in der Krankenzelle. Wo ich davor drauf drückt habe und es hat auch gemacht, habe ich mich urgeschreckt. Was haben wir da? Der Mansion of Leo Main. Electricity. Oh nein. Da gehen wir nach Hause. Deshalb bin ich mit ihrem Zickzack gegangen, weil sie dann einfach nirgends stecken bleibt. Okay. Was haben wir da? Spitaladministration, Polizei. Da gehen wir dann hin. Da brauchen wir wahrscheinlich einen Schlüssel. Ah, da liegt noch ein Geld. Schau. Zack. Gehört schon zu uns. Aha. Die Bücherei. Was ist das? Der verkleidet sich als Baum oder Vogel. Okay. Geh mal rein. Hm. Da steht eine Flasche. Die stecken wir auch ein. Ich stecke einfach alles ein. Ich habe keine Ahnung, was ich da mache. Und ja, falls es wen interessiert, es gibt ein wunderbares Platinum Let's Play, wo man das in 15 Minuten durch hat. Aber es macht halt keinen Spaß, wenn man da die ganze Geschichte nicht mitkriegt und nicht weiß, um was geht und dann glaubt, es ist das langweiligste Spiel der Welt. Das steht dann nämlich in den Kommentaren drinnen, was ich sehr, sehr schade finde, weil ich finde es nämlich super interessant. So. Also wir waren in der Bibliothek. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal ins Spital, weil er hat irgendwas gesagt über Ill, Ill irgendwas, ne? Ich höre mir den Hintergrund an, deshalb schaue ich so deppert. Interessant. Falls übrigens wen interessiert, was auf meinem Label steht, da steht etwas Urcooles drauf. Ich habe extra ein Foto gemacht, bevor wir gerade dabei sind. Da steht, Enjoy the small things, be wild and free, always do the things you love. Be happy. Die Mama sucht immer so tolle Sachen aus. Da ist wieder so ein Zombie. Administration. Tut mir der was? Morg, da müssen wir dann auch noch rein, ja? Aber ich suche jetzt mal das Hospital. Das ist gruselig, Leute, wirklich. Ich habe das, ich habe das Spital verpasst. Nochmal. Gibt es das auch? Da ist doch gestanden, Spital in die Richtung. Schau. Da. Da. Okay, das Spital ist zu. Was ist da? Da ist das Spital. Geht sie rein? Nein. Tja, dann halt nicht ins Spital, ne? Oh ja, ich ehre schon wieder planlos herum. Puh. Der hat einen Elefanten gefrühstückt, vielleicht. Nein, der ist genauso nix wie immer. Nix war. Okay, wir gehen jetzt als... Er sagt auch nix. Oh ja, der zappelt noch mehr. Geh weg! Wir haben deinen Peter nicht gesehen. Boah, jetzt hat es mich gerissen, wo der was gesagt hat. Bist du wahnsinnig? Hi. So, und ich habe jetzt keine Ahnung, wo wir hingehen müssen. Hm. Da war noch... Na, das Gebäude ist auch zu, oder? Ja. Gut. Zick, zack. Ich habe vergessen, wo der Grave her wird. Blub! Grave! Ah, was ist mit ihm? Ich kann sie wachsen hören. Aha. Okay, da können wir später hin. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich bin... Morg. Ich hätte dazwischen nicht so lange Pause machen sollen, dann würde ich die Map besser verstehen. Ups, bleib einmal stehen. Das ist in Version 1 Kontrolle, aber zieht trotzdem nach rechts. Das ist die Library, da waren wir gerade. Da ist der Getarnte. Ah, da steht noch einer. Was sagt der? Nix. Die? Auch nix. Hm. Einen hübschen Kapuzenbully hat er an, schau. Die versteckte Mode. Sag mir bitte, wo das Morg ist. Tra la la. Ja, kommen wir gerade her. Das Morg war dort, wo das Lokal war, ne? Da gehen wir heim. Wasteland. Und da kommen wir her. Er sagt Open Open. Also wir brauchen die richtige Karte auf jeden Fall. Ich würde auf die 1, 2, 3 tippen, aber... Öffne eine neue Vision. Ja, da gehen wir nicht rein. Was sagen die? Wir sollten abhauen, wir alle. Es ist ungöttlich. Also was sie getan haben. Hast du es gesehen? Nein. Das ist der Tag des jüngsten Gerichts. Das ist der Tag des jüngsten Gerichts. Okay, die gerechten Männer sind zusammengefangen. Mit uns natürlich. Er sucht uns seit zwei Tagen. Petri hat versucht den neuen Turm zu aktivieren, aber er wurde erstochen. Seine Körperteile mussten zurückwachsen, aber irgendwas ist falsch gegangen. Er wird morgen zurück ins Leben kommen und er hat dann besser seine Hände und Augen. Leute werden wieder sterben und mehr als je. Die Leute von der Gästtischen, von der Tankstelle wissen was. Was? Ja, ja. Was sagt das Kind? Rechte Hand. Rechte Hand. Aha, Wasser. Löschen die da? South East Avenue. Ich schreibe mir jetzt die Gegend noch kurz fertig an. Ah, das schaut aus. Okay, South East Avenue. Da haben wir einen Plan. Kindergarten. Ja, gehen wir einfach mal zur South East Avenue. Ahem. Boah, boah. Ah, da sind Hände. Schau, schau. Hände. Ah, wahrscheinlich haben wir seine Seele in der Library eingefangen. Kann das sein? Vielleicht. Na? Interessant. Kann ich da was drehen? Ja, ja, ja. Schau, da kann ich was drehen. Warte, hör mal auf zum Drehen da. Auf. Dreh mal dich. Nein, du hör auch auf zum Drehen. Was passiert, wenn ich da drehe? Wie ist denn die Hand deppert da rübergekommen? Habe ich das verkackt schon? Vermutlich, ne? Da gibt's fix ne Lösung, aber ich weiß nicht welche. Bin ich behindert, sag einmal. Kann man das nicht einfach irgendwie rausschwuppen? Schwupp. Komm. What? Na, so kriegt man's runter. Indem man einfach beharrlich weitermacht. Egal was für ein Blödsinn man macht. Also Hände hab ich auch. Oh. Oh, Hände. Ich wollte mir Zettel schreiben. Ich bin so ein Depp. Oh. Nark. Wenn ich jetzt einen Zettel finden würde auf die Schnelle. Minute 19 Hände. Was ist denn das? Okay, System Calls. Betriebssysteme. Das braucht kein Mensch. Dafür hab ich einen falschen Stift. Das kann ich nachher nie wieder lesen, was ich da jetzt geschrieben hab. Falls wen interessiert. Ich hab geschrieben, Hände ca. Minute 19. Seele in der Bibliothek vorher. Also die Flasche. Und jetzt fällt mir grad ein, was ich mit dem anderen Let's Play machen wollte. Ich wollte's editieren. Übrigens insgesamt werde ich weniger editieren, weil jedes Mal, je mehr ich editiere, desto mehr Copyright Issues kriege ich. So. Ich warte auf andere. Wir werden die Barrikaden morgen wegmachen. So. Das heißt, jetzt hab ich... Warte, was haben wir nochmal? Mal. So. Wir haben die Hände. Wir haben was auch immer wir in der Bibliothek gefunden haben. Ich würde mal glauben, es wird die Seele sein oder der Körper. Der Bruder von ihm hat die Keycard und ist in der Krankenzelle. Okay. Ich muss jetzt einfach noch mit viel mehr Leuten reden. So wie es ausschaut. Weil ich sonst ein Problem kriegen werde und irgendwas verpasse. Also wir sind jetzt mit... Was war das jetzt? Saufi ist fertig. No? Sauf. Da waren wir grad. Ich schreibe mir das jetzt auf. Und nicht... Ja, ich hab den falschen Stift, deshalb muss ich ihn in den Mund nehmen. Vielleicht tausch ich geschwind den Stift auch noch. So. Ähm. Saufi ist... gehen wir da her zum wasser das ist ja interessant wer ist das ich kann ich kann sie wachsen hören das ist alles okay sehr interessant hat der was gesagt der sucht mich seit zwei tagen mit dem haben wir schon geredet das war der der den turm gebildet hat es passiert was außergewöhnliches außer sein vater ist nicht gekommen das haben wir das letzte mal schon gehabt die warten auf essen wir sollen in der administration fragen wenn sie anfangen die administration hat mich rausgehauen okay wir gehen jetzt daran bei der wild avenue ich suche das morg und ich war ganz am anfang dort und ich habe vergessen wo sie ist aber wahrscheinlich ist das eh da wenn ich da da geh 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 das ist die gas station da war ich vorher gerade dem sinhaber hat die karten westland da muss es jetzt sein oder sleep was ist das okay gehen wir mal daran also wir sollen die tür nehmen und er lasst uns nicht rein okay das lieb ist dann der nächste ort wo ich hingehe wenn ich den morg jetzt nicht find aber das müsse jetzt das pinguinhaus also die bibliothek planloses erhumieren tja es hätte aber auch gut gehen können also wir gehen jetzt zu sleep also heim würde mal sagen und wenn ich daheim war und es ist nichts passiert dann gebe ich den drei leuten die was zu sagen haben nämlich dem in der den der mit den karten dem in der gas station und dem einen der die ganzen teile haben wollte alles was ich gefunden habe ach schau da was mit ihm ja ich habe eine karte er verkauft sie für drei dollar na dann ein falscher knopf so awesome da ist eine karte wieso geht sie schon wieder von alleine los zeig her die karte na ich will sie sehen na der sagt mir das nicht das ist ein arsch das sagt mir nicht was auf der karte steht also wie mit der kartentyp war der der dort gestanden ist wenn man vom turm nach links geht so was haben wir da wasteland ok south avenue und da kommen wir nach hause aha schau ups das war falsch hoppola na geh wieder rein was sagt er hi was hier es ist noch ein turm gewachsen gestern äh gingen gerüchte um dass die änderung von von der elektrizitätsdingsbums der grund ist warum sie überall zurückbauen oh dankeschön gut immer wenn ich das spiel spiele geht's mal gut was glaubst du was wahr ist ich hab doch keine ahnung die polizei hat auch nach mir gefragt das ist so ein scheiß sie sagten wir müssen papierzeugs erledigen nach den neuen regeln aber es ist nur na was man halt so macht so na wie heißt denn das nix aufregendes das übliche sozusagen und den rest habe ich jetzt nicht gesehen weil sie schon wieder losmarschiert ist er war noch nicht dort er glaubt es passiert sowieso nicht wirklich was so jetzt schauen wir noch ins hause geschwind hat das immer schon so ausgeschaut nein oder ich glaube in 30 Jahren schaue ich so aus wie sie peter naja der peter ist aber im morgue und das morgue ist das wo ich vergessen hab wo sie ist so da war die küche glaube ich da haben sie eben ein komisches labor ich würde echt interessieren was sie da daheim hergestellt haben ja warum geht's ist das vom vollgeist spielen das immer nach rechts marschiert ja schau sie steht schon wieder nach rechts da dreh auf das licht nein geh wieder rein nein da ist nix aber da ist das licht schon aber es ist trotzdem nix da na man kann nicht machen dass es schneller geht übrigens danke fürs reinschauen ich bin bei dem spiel so beschäftigt das ist ein wahnsinn weil ich mich da und verlaufe ok das letzte bild und das fenster ist immer noch offen ist das sparsch wenn wir es mal zu schlagen haben ok das war's wo gehen wir jetzt hin zum kartentypen der kartentyp war oh wir haben irgendwas eingesammelt so und jetzt gehen wir zum kartentypen wenn ich den ausgang finde da ist er mich würde echt interessieren wer dieser typ ist der da hinten schau mal der da hinten spazieren geht und immer raus schaut ich habe übrigens die heißen kopfhörer an damit ihr nicht im hintergrund die technoparty hört und dann das wasser was dann wieder gleich rennen wird warte gibt es eine abkürzung ich glaube dass hallo geh rein south avenue ist die wo man nicht hin müssen glaube ich also gibt es keine abkürzung so einen schönen bücherstand hat oh schaut er legt geld sehr praktisch zack ich denke gerade nach wo der typ war da war da war ups so nein falscher knopf warte 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 peters left eye peters right hand Bier. Die Old Cup hätten wir verkaufen können. Das hatte ich aber nicht gemacht. Ja, und wem gebe ich jetzt die blöde Karte? Mist. Oder ich gebe einfach dem Typen der mir das Geschichtel erzählt hat über den Peter. Geh mal raus aus dem Menü da. Was passiert, wenn ich auf 115 drücke? Open a new vision. Ah, das sind Augen in diesen Gläsern. Das ist interessant. Ich habe schon wieder vergessen, was uns der Typ da drin gesagt hat. So ein Mist. Jetzt können wir den ganzen Weg gehen, damit er vielleicht gar nichts Wichtiges sagt. Die haben alle den rechten Arm gebrochen. Aha, das fällt mir auch erst jetzt auf. Schau. Also das ist die Ill... 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 Thing. Vielleicht. Versuche mit dem... Merchant. Ich habe keine Ahnung. Hier bildet er Shooting Range. Ich versuche dem jetzt einfach irgendwas zu geben. Na? Der will nichts haben. Okay. Kann ich ihm ein Bier geben? Er will auch kein Bier haben. Okay. Das heißt, wir... Lass mich wieder raus. Das heißt, wir gehen jetzt zu dem Turm zurück, zu dem Typen, der gesagt hat, der ist in Teile geteilt. Das Spiel, das ist zu schwer für mich. Zu schwer für mich. Das ist zu schwer für mich. Ja, check the mark on Central Avenue. Wo ist die fucking Central Avenue? Hallo? Ah, die reden nicht mit mir. Schätze! Schätze! The vitals had to grow back, but something went wrong. Will you help us to collect him? Ich muss ins Morg, aber ich weiß nicht, wo das ist. Fuck die Bohne! Ähm... Das Morg war doch bei der Bar. Hm. Hm. Ich bin irgendwie... Ein bisschen überfordert da. Da kommen wir zum Fluss. Warte, da hinten? Was haben wir da? Hm. Da haben wir die Hände eingesammelt. Und da ist es aus. Und da ist es aus. Und da ist es aber auch aus. Da ist nur der Fluss. Schauen wir jetzt trotzdem nochmal. Ja. Ja. Ja, der sagt uns gar nichts. Wo ist dieses blöde Teil? Und das habe ich... Ich kann mich erinnern. Das habe ich am ersten Tag schon gesucht. Im depperten Morg. Wild Avenue. Gehst du da jetzt einmal rein? Okay, ich höre die Leute, obwohl ich die Zoon-Kopfhörer auf habe. Okay, da wollte ich vielleicht doch nicht hin. Ich habe aber keine andere Wahl. Ich muss dorthin. Ich habe mich verlaufen. Nein. Das Morg war gleich bei der Bar. Gehst du mal ins Westland? Na komm. Westland ist zu. Es lieb. Da kommen wir dorthin, wo wir... Da brauchen wir einen Schlüssel. Ich gehe jetzt gleich nochmal zur Main Avenue und suche dort alle Türen. Ich fange immer so gut an und mache durch Zufall irgendwas richtig und dann verlaufe ich mich. Den Kapuzenbully von ihm hinten finde ich immer noch hübsch und ich habe so einen ähnlichen. nur dass die Streifen hier sind und unten sind und dann sind sie halt bis nach oben. Den werde ich aber nie anhaben, weil es ein warmer Amerika Latina ist und ich hier daheim Let's Plays mache und nicht draußen im Winter. Aber im Endeffekt, ja, schaut da fast genauso aus wie der Pulli, den der anhat. Wahrscheinlich gefällt mir das auch. Was musst du mal schaffen, in einem Schwarz-Weiß-Spiel wie diesem Mode zu finden. Aber ich schaffe das ja immer, irgendwas zu finden, was nicht vorhergesehen war. Ich glaube, andere Leute machen das Kapitel in 10 Minuten. Aber die wissen wahrscheinlich auch, was sie tun. Wo bin ich jetzt? Er hört sie immer noch wachsen. Es ist aber ein anderer, der sie wachsen hört. Das war ja eine schwere Geburt. Ich bin ein Depp. Da hat einer von Recht das Hooke gemacht und ich habe mich urgeschreckt schon wieder. Mark! Und was haben wir da hinten? Administration. Das war ja eine schwere Geburt. Ich bin ein Depp. Da sind alle weg. Ich weiß, ich muss da reingehen. Da ist dann wahrscheinlich der Graveyard drinnen oder so. Und da ist dann die Bar. Ich habe die Bar gefunden. Yay! Dann werde ich gleich noch ein Bier kaufen. Oh Gott! Was hat er... Hör mal auf zum Gehen, du Frau, du! Es ist der zweite Tag, wo wir herumsitzen und keine Ahnung haben, was wir tun sollen. Sie werden hergebracht und dann weggenommen. Manche verlassen sich selbst. Manche kommen wieder hoch, also stehen wieder auf, nachdem sie ein paar Tage gelegen sind. Dein Mann wurde gebracht. Er ist im Tiefkühler zu deiner Linken. Sie haben auch eine Hand zurückgelassen. Aber ich gebe sie nicht gratis her. Für 100 gibt er sie uns. Was für ein Arsch! Ich habe ja nur 195, der will mehr als die Hälfte. Ja, gib her die Hand, du! Habe ich die Hand jetzt gekriegt? Ja, also zwei Hände und ein Auge habe ich. Ma, 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 ma. Die haben ihn aufge... Er macht diese Geräusche? Anscheinend. Ich quatsch ihn einmal an. Na? Wenn ich dem... Ich gebe ihm einmal ein Auge. Ja, und was soll ich jetzt machen? Hm. Okay. Ich gehe jetzt einfach von da in die Bar. Ups, wenn sie... Wenn sie... Wenn sie rausgeht. Watt, kann ich ihm die Karte auch geben? Was habe ich... Die Karte? Nein, will er nicht haben. Kann ich ihn erschlagen? Watt, nein. Bier wieder auch keins. Aber er schreit so. Das ist ja... Er rett nicht mehr mit mir. Deshalb haben die gemeint, sie können sie wachsen hören. Die hören dieses Schreien vielleicht auch? So, ich habe gesagt, ich gehe jetzt in die Bar. Wo die Bar ist, weiß ich natürlich. Wenn ich das Mord gefunden habe, finde ich die Bar. Da, schau. Zack. Rein mit uns. Na, ich habe ein Bier einstecken. Na, da rät keiner mehr mit mir. Was ist in der Wurmfabrik? Aha, da kommen wir nach Hause. Was ist das? War ich da schon mal? Aha. Ich weiß jetzt nicht, wo ich hin muss. Vielleicht braucht er noch irgendein Körperteil. Factories. Also Wurmfabrik und was auch immer das ist, ist zu. In der Bar redet keiner mit mir. Da komme ich zum Morg. Da komme ich auf die Hauptstraße. Cemetery. Wo? Da ist ein Geld. Das nehmen wir mit. Schau, da ist noch ein Becher. Den nehmen wir auch mit. Und jetzt ist es eine gute Frage, wo ich hin muss. Was ich mit der Karte machen soll. Hm. Da sieht gerade von... Ach, jetzt hat es aufgehört. Ich mache nichts, die geht von selber, schau. Oh, boh, boh, boh. Oh, boh, boh. Und jetzt muss ich mit irgendwem reden und dann sind wir mit Tag 4 wahrscheinlich fertig, ne? Östland. Ich probiere es jetzt nochmal, dass ich ihm das gebe. Na. Oh, boh, 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 boh. Oh, boh, 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 boh. Also dieses 111, was ich davor unabsichtlich... oder vielleicht unglücklich oder glücklich gedrückt habe, ist halt irgendwie... Hm. Wir sagen, alles ist gleich. Die reden alle, dass diese Türme plötzlich aufgetaucht sind. Hm, und wie komme ich jetzt zu Tag 4? Hm, also ich gehe jetzt dann nochmal zum Haus. Vielleicht, dass der Typ jetzt, wo wir die Teile aufgesammelt haben, was anderes zu uns sagt? Weiß ich nicht. Der hat nur eine Augenbraue, schau mal. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Genau, die Shooting Range wird das mit den Nummern sein, oder? Ich weiß nicht, was ich tun muss. Vielleicht sollte ich von dem Spiel Videos aufnehmen und keine Let's Plays, dann könnte ich das, wo ich da herum zusammenschneiden. Weil von YouTube das Video runterladen und dann nochmal zusammenschneiden ist irgendwie... ein Schaß. Das ist der Typ von der Shooting Range. Mensch, ich gehe jetzt nochmal zur Administration. Weil sie uns dort ja echt hinschicken, mehrmals. Was? Was muss denn da sein? Nein. Was ist denn... Ja, die lassen sie uns nicht rein. Ich bin so behindert manchmal, weil ich nicht weiß, was ich tun soll. Vielleicht sagen die jetzt irgendwas anderes, nachdem wir da irgendwelche Teile zusammengesammelt haben. Aber ich glaube, wir warten jetzt einfach drauf, dass der Peter aufwacht. Die Frage ist nur, wann er das tut. Der ist ja gar nichts. Der ist ein halb verwandelt wahrscheinlich. Den Bauch hat er schon, aber er darf noch eine Kappe tragen. Nein. Nix. Für was habe ich diese blöde Karte eingesammelt und wer will die Karte überhaupt haben? So, noch einmal. Ein Merchant. Was ist ein Merchant? Jetzt will ich es wissen. Merchant Deutsch. So. Jetzt müssen wir lesen. Sollte ich es jetzt auch noch können? Bitte irgendwas, wo ich keine... Natürlich muss ich irgendwelche... k... Kaufmann. Okay. Ich habe zwei Hände hat er und ein Auge hat er, also mir fehlt anscheinend noch ein Auge. Okay, Gastation habe ich erledigt. Ja, meiner Meinung nach habe ich doch alles gemocht, was ich tun muss. Just bring me my cards and kegs, I played it with youngsters and seem to left it somewhere. Anyways, bring the key and I will open the passage, that's the deal. We need to engage as many people as we can, otherwise we wouldn't be able to defend ourselves and this whole immortality. Don't mind my age, I know how to drive, we are building a small town. We need a car, das habe ich gemacht. Was habe ich, was ist das Problem? My cards and kegs. Shit, jetzt hat er von selber umblättert. Also den Mann mit dem Unterbart muss ich finden oder den mit dem Schnitt. Also nochmal, entweder den, der ausschaut wie ein Eskimo oder den mit dem komischen Unterbart. Okay. Hm. 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 Ich schau jetzt noch mal zum Morgen, aber da war ich ja gerade, da komme ich gerade her, das macht überhaupt keinen Sinn. Die haben ja gesagt, nach mehreren Tagen wacht er erst auf, ne? Oh Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll. Oh Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, was ich tun soll, was ich tun soll. Da kann man noch nicht rein, ne? Ja. Wenn ich schon da bin, schau ich jetzt noch mal geschwind da. Aber falls er nur da herumkänkt, dann ist das was, ne? Vielleicht muss ich ihn mit der Axt befreien? Na. Na. Komm, geh wieder raus. Die haben ihn auf der Hand aufgehängt. Ah, der redet nicht mehr mit mir. Mist! Vielleicht kaufe ich mir wirklich ein Videobearbeitungsprogramm. Das heißt, ein Computer zum Laufen kriegen. Probleme über Probleme, ne? Mein Lieblingsteil ist das Netzteil hin. Das tut besonders weh. Okay. Jetzt habe ich noch einen Akku. Der geht. Aber den hebe ich für Notfälle auf, weil das ist der, der gut geht. Der geht viereinhalb Stunden oder so. Vielleicht muss ich zur Polizei. Vielleicht muss ich zur Polizei. Ja, vielleicht muss ich zur Polizei, aber die Polizei war ja gar keine Option. Oder? Die Polizei müsste ja dort sein, wo alles andere ist, ne? Und da müsste jetzt diese Polizeistraße sein. Ja. Aber die Polizei will mit mir reden, aber es ist zu. Ich meine, wer geht auch freiwillig zur Polizei? Man muss ja auch ein Idiot sein, oder? Wenn ich ein Problem habe, dann löse ich das. Da brauche ich niemanden anrufen. Außer es geht um eine Versicherung oder sowas. Oh. 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 Vielleicht bin ich in der Polizei einfach vorbeigelaufen. Hm. Mist. Aber das schaut doch aus wie Polizeiautos. Die Polizei ist einfach zu. Das kommt der Typ mit einem hübschen Bulli. Hm. Ja, und der ist aus. Vielleicht muss ich mit dem Typen reden, der die Barrikaden zuhält, aber da ist ja gar keiner gestanden, oder? Er will Keg und Karte, aber wer? Mist. Überraschend, da ist nix Mist, Mist Jetzt schau ich kurz nach, ob ich irgendwie da ne Idee krieg Na, war auch ne Versuch wert Aber nachschauen, nachschauen brauche ich jetzt auch nimmer Jetzt bin ich schon so lange untereinander gerennt Jetzt finde ich das auch noch Wenn ich wüsse, wer von denen den Depperten das Fass Und, ähm, die Karte haben wollen die dort War hat's ja gleich einmal viel einfacher, ne? Das ist anschaß Aha Er ist der Typ vom Stand Warte mal, er ist der Typ vom Stand Er ist der Typ vom Stand Okay, den brauche ich noch einmal Ich gehe jetzt noch einmal rüber zu denen Und klicke dort einfach alles durch, was ich kann Ja Also das ist der Merchant Wenn ich gewusst habe, wer das hieß Okay Ich probiere jetzt einfach alle Teile bei diesen ganzen Leuten da durch Was soll ich da jetzt machen? Ich fange da bei ihm an Was mit ihm Hm No Geld will auch keins Bier will auch keins Der sagt wahrscheinlich gar nichts Oh ja Das habe ich gemacht Das habe ich gemacht Also nun die frische Erledigten haben Ein Hackerl Das habe ich irgendwie beim Nach dem ersten Let's Play gesagt Today Work is Oh, warte Wir sollen die Barrikaden vielleicht auch noch checken Wir bleiben jetzt nur mit den Barrikaden über Die Frage ist nur, wo waren die? Weil das ist, wenn ich dem ein Bier gebe? Bin ich behindert? Ich habe mich verlaufen Oh Gott Da waren die Hände Ich muss jetzt mit dem reden Und es ist Tag 5 Pass auf Mist 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 Das war's für heute. Ich habe übrigens das Rätsel gerade verstanden. Man muss das eine so stellen, dass das Ding da reinpasst. Das war alles. War da noch ein Weg? Nein. Das Einzige, was mir noch einfällt, wo ich hingehen kann, ist die Polizei. Aber da war ich doch schon. Und sie rennt da gleich los, wieder in die falsche Richtung. Schau. Das ist der Typ am Fluss. Das ist die Mäusefabrik. Und da sind wir wieder am Anfang. Das ist die Mäusefabrik. Der hat ja mal das blockiert, die Idioten. Das habe ich alles gemacht. Was soll ich jetzt noch machen? Habe ich die Karte noch? Ja. Was übersehe ich? Ich kann jetzt eigentlich nur mehr Richtung Zuhause gehen und diesem Typen beim Auto die Axt geben. Im Endeffekt, ne? Ja, und die lassen mich da nicht dran. Ja, und wem gebe ich die Scheißkarte, verdammte Scheiße? Ich weiß nicht, wer mich die Karte geben soll. Das ist wirklich ein Mist. Ich weiß nicht, wer mich die Karte gibt. Wie komme ich zu Tag 5? Wasteland, da kommen wir ursprünglich her. Und so auf Avenue haben wir auch fertig. Das gibt es einfach nicht. So. Gar nichts. Nein. Aber ich suche das jetzt. Wenn ich es gefunden habe, reiche ich euch das Video nach. Ich sage mal Dankeschön fürs Zuschauen. Es tut mir leid, dass ich da so lang planlos herumgerannt bin. Aber was soll ich machen, wenn ich nicht weiß, wo ich hin soll? Ja. Schaut es wieder rein bei einem anderen Video von mir, einem erfolgreicheren oder vielleicht bei einem Platin Walkthrough, wo es dann zügig geht, wo ich genau weiß, was ich tue. Macht es gut, passt es auf euch auf und habt eine schöne Zeit. Ciao. 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 Ciao.